Ganz unabhängig davon, wer demnächst im Bundeskanzleramt sitzt, das Entscheidende ist, dass wir jetzt nicht einfach nur sagen, wir schaffen das, sondern dass wir sagen, wie wir das schaffen. Und dazu haben wir als Linke ganz konkret einen Vorschlag gemacht. Wir sagen, was es jetzt braucht, ist eine soziale Offensive, die allen zugute kommt. Zum Beispiel brauchen wir eine Offensive für sozialen Wohnungsbau und davon sollten Leute profitieren mit mittleren Einkommen, genauso wie Geflüchtete. Wenn wir sagen, es müssen mehr Lehrer oder mehr Sozialpädagoginnen eingestellt werden, dann ist das, was allen Kindern zugute kommt, ganz unabhängig davon, welchen Pass ihre Eltern haben. Deswegen finde ich, wir sollen jetzt nicht nur immer über Probleme reden, sondern die Geflüchteten unterstreichen doch die Dringlichkeit von Fragen, die sich schon ganz lange stellen, nämlich dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um alle Menschen vor Armut zu schützen und dass wir mehr Geld im öffentlichen Bereich investieren müssen. Und jetzt ist ja trotzdem interessant, dass die AfD offensichtlich reüssiert. Macht sie mittlerweile die bessere Sozialpolitik als die Linke? Nein, sie lenkt ab von den notwendigen sozialen Fragen. Man kann sich ja einfach mal ihre Steuervorschläge anschauen. Die AfD will Steuer nach Kirchhoff. Kirchhoff heißt, dass alle denselben Steuersatz bezahlen müssen. Das heißt, da müssen Sie sich mal an Ihren bundespolitischen Leitlinien auf der Webseite informieren. Gucken Sie auf Ihrer Webseite auf die bundespolitischen Leitlinien. Kirchhoff besagt, dass die Verkäuferin denselben Steuersatz bezahlen muss wie ein Aufsichtsratsvorsitzender. Das heißt, das ist ein Steuergeschenk für Superreiche. Wenn die AfD Steuergeschenke für Superreiche will, heißt das, dass am Ende Menschen mit mittleren oder niedrigen Einkommen noch mehr Steuern bezahlen müssen. Im Klartext, die AfD ist zutiefst unsozial. Frau Rüttel, das ist interessant zu lesen. Sie haben beispielsweise gesagt, dass Ihnen der Front National in Frankreich zu sozialistisch sei. Wie sehr wollen Sie eigentlich wirklich verhindern, dass diejenigen, die wenig haben und die Mittelschicht in diesem Land die Kosten tragen? Mal ganz konkret nach Ihrem Plan gefragt, damit wir nicht immer nur sagen, was wir nicht wollen oder Sie immer nur sagen, was Sie nicht wollen. Also vielleicht, ich muss mit ein paar Irrtümern aufräumen. Also die Steuerfrage der AfD wird heiß diskutiert, das ist aber noch nicht entschieden. Und ein System nach oder angelehnt an Kirchhoff sollte Ihnen sagen, dass es nicht gleich Kirchhoff ist. Aber dazu muss man ein bisschen differenzieren, Frau Kipping. Aber Frau Kipping, ich erkläre Ihnen das gerne, wenn Sie es schaffen, mich ausreden zu lassen. Nee, Frau Kipping, weil das ist die Maschung, die Sie immer machen, wenn man einen konkreten Punkt benennt. Frau Kipping, lassen Sie mich das mal ausreden. Dann erkläre ich Ihnen das gerne nicht gemeint. Das mit dem Schießen habe ich auch so nicht gemeint. Frau Kipping, ich kann mich nicht mehr vorreden. Jetzt lasse ich mal. Hören Sie mal. Wie wollen Sie? Hören Sie mal, Frau Kipping? Ich war gerade dabei, Frau Inna, danke. Frau Kipping holt jetzt mal Luft und zwar ein bisschen länger. Und dann kann ich gerne sagen, wie die AfD sich das vorstellt. Also wir stellen fest, dass die Linken offensichtlich mehr Geld ausgeben wollen und dass die Flüchtlinge uns noch klar machen, welche Probleme wir immer schon gehabt haben und nicht gelöst haben. Und da das Geld vorher für soziale Projekte schon nicht ausgereicht hat, geben wir jetzt mehr davon aus und finanzieren das über Staatsschulden oder Steuererhöhungen. Das müssen Sie den Leuten mal erklären, vor allem in Ihrer eigenen Klientel. Frau Kipping, die Klientel des kleinen Mannes, Sie wollen Mindestlohn und können am Ende nicht sagen, wie Sie ihn finanzieren wollen. Das ist eine sehr unrealistische Politik. Sie haben immer noch nicht gesagt, was Sie eigentlich wollen. Was darf der Bürger von Ihnen für eine Wirtschafts- und Sozialpolitik erwarten? Das ist relativ einfach. Also nicht Kirchhoff, sondern? Nein, ich habe gesagt, wir diskutieren über Kirchhoff und finden viele Dinge, die er vorgeschlagen hat, richtig, weil sie vor allen Dingen zu mehr Transparenz im Steuersystem führen. Wir sind der Meinung, dass das Lohnabstandsgebot zwischen denjenigen, die arbeiten und die nicht arbeiten, inzwischen zu klein geworden ist und Leistung muss sich in Deutschland wieder lohnen, damit wir Steuern einnehmen und damit Sie einfach schlechter zu tun, Frau Kipping. Sie wollen einen niedrigeren Hartz geregelt werden. Frau Kipping, bringen wir es doch mal auf den Punkt. Vielleicht erinnern Sie sich an möglicherweise gute Erziehung. Wir wollen, dass Leistung sich wieder lohnt. Wir wollen, dass selbstverständlich auch Solidarität geübt wird. Aber dass diejenigen, die das Geld für die Gesellschaft verdienen, nämlich der Mittelstand, auch etwas davon übrig behalten. Und davon haben wir immer weniger. Und all die ganzen Ausgaben, die jetzt schon im Raum stehen, 50 Milliarden jährlich, mindestens bei sehr positiven Integrationsprognosen, die man durchaus anzweifeln darf, zeigen uns, dass der Sozialstaat in noch viel stärkerem Maß belastet werden wird als heute. Darauf hat die Linke, darauf haben die Grünen überhaupt keine Antworten mehr Geld ausgeben. Wir beziehen, wenn Sie einverstanden sind. Und das Haushalt, das war schon immer Ihre Devise. Und das reicht uns nicht. Woher kommt also der Hass? Wie ist unser Verhältnis zu diesen Ausländern? Wie viele Ausländer kommen eigentlich in die einzelnen Bundesländer? Und ist damit schon erklärlich, Daniel, in welchem Verhältnis wir deutsch zu diesen Menschen stehen? Los geht's. Wir gehen erst mal los mit der Frage, wie viele Flüchtlinge eigentlich aufgenommen wurden in den drei Bundesländern. Die werden ja aufgeteilt anhand des sogenannten Königsteiner Schlüssels. Und der richtet sich nach den Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl der Länder. Und da schauen wir uns mal die Zahlen an. Und zwar haben wir für Rheinland-Pfalz folgende. Gut 52.000 Menschen wurden dort 2015 aufgenommen. In Sachsen-Anhalt waren es gut 34.000. Und in Baden-Württemberg waren es über 100.000 Menschen, die aufgenommen wurden. Und dann haben wir noch eine etwas bittere Statistik. 2015 wurden mehr als 1.000 Angriffe auf Flüchtlingsheime von der Polizei registriert. Und 28 davon waren in Rheinland-Pfalz. In Sachsen-Anhalt gab es 66, also deutlich mehr. Und ungefähr dieselbe Zahl, 70 Angriffe in Baden-Württemberg. Wenn wir aber mal auf die Bevölkerungszahlen gucken, dann wird das interessant. Denn in Sachsen-Anhalt leben 2,2 Millionen Menschen und in Baden-Württemberg über 10,5 Millionen. Und wenn man das umrechnet auf die Bevölkerung, dann kommen also in Sachsen-Anhalt mehr als viermal so viele Anschläge auf Flüchtlingsheime wie in Baden-Württemberg. So, und damit müssen wir uns die Frage nochmal stellen, woher eigentlich ausgerechnet im Osten der Hass kommt. Frau Kipping, die Bürger im Osten haben viel Solidarität erfahren. Warum wollen Sie diesmal weniger selber zeigen? Ich glaube, dafür gibt es keine Entschuldigung. Und es gibt auch keine mildernden Umstände dafür, dass man zum rassistischen Straftäter wird. Wenn man aber das bekämpfen möchte, muss man um ein Phänomen wissen. Und das heißt, dort, wo Abstiegsängste besonders stark ausgeprägt sind, hat das rassistische und rechtspopulistische Propaganda einfacher. Und wenn Sie sich jetzt hinstellen würden und sagen würden, zusammen mit Ihrem Vizekanzler, die Renten sind sicher, die Krankenkassenbeiträge werden nicht steigen, das würde den Verunsicherung auf jeden Fall die Spitze nehmen. Noch eine Frage an Frau Petry. Und ich würde gerne aber noch einen Punkt sagen, weil immer wieder der Eindruck erweckt wird, auch von Frau Petry, und sie heizt ja damit die Aversion an, dass sozusagen die Sorgen der armen Menschen werden ausgespielt gegen die Flüchtlinge. Und sie erweckt damit den Eindruck, zum Beispiel soziale Probleme wie Mangel an bezahlbarem Wohnraum würde ihr am Herzen liegen. Ich habe alle drei Wahlprogramme die letzten Tage gründlich studiert der AfD. In keinem findet man auch nur ein einziges Wort, einen einzigen Satz zum sozialen Wohnungsbau. Wenn wir als Linke schon ganz lange auf das Problem hinweisen und sagen, es braucht mehr bezahlbaren Wohnraum, davon profitieren Geflüchtete wie Menschen mit mittleren Einkommen. Wir wollten noch mal nach dem Hass im Osten fragen, Frau Petry. Die Menschen haben in den neuen Bundesländern schon eine große Veränderung in ihrem Leben erlebt. Ist das eine Art Erklärung, eine Entschuldigung nicht, ist es eine Erklärung für die Gewalt gegen Ausländer? Ja, ich bin immer sehr dafür, sich die Statistiken genau anzuschauen. Und jeder Anschlag ist einer zu viel. Ja, also wir haben häufig erlebt, dass da auch Vorverurteilungen stattgefunden haben, dass vorher schon angeblich klar war, woher die Täter kamen. Tatsache ist, dass eine Zunahme von Gewalt generell nicht zu dulden ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass Symptome wie solche, wenn sie auch schlimme Symptome sind in einer Gesellschaft, weil sie Spaltung offenbaren, dass sie politisch bekämpft werden müssen. Und das heißt, die Bundesregierung allen voran muss Lösungen anbieten für die Migrationskrise. Das tut sie nicht. Auch hier differenzieren wir wieder einmal nicht, reden nur von Flüchtlingen, wenn ich davon überzeugt bin, dass es sinnvoller wäre, zwischen Migranten und Flüchtlingen zu unterscheiden. Aber diese Art von undifferenzierter Diskussion sieht sich nicht mehr. Und Frau Kipping, vielleicht können wir auch mal feststellen, was Sie gerade gemacht haben. Sie haben gerade dazu aufgerufen, dass die Bundeskanzlerin in der Öffentlichkeit lügen soll, indem sie sagt, es gibt keine Steuererhöhungen, keine Krankenkassenbeitragsveränderungen. Wir wissen doch schon jetzt, dass Milliarden Defizit der Krankenkassen ist doch schon bekannt. Aber das liegt nicht an den Geflüchteten, das liegt an der schwarzen Null. Ja, natürlich liegt es daran. Aber damit ist vielleicht klar, dass die Flüchtlinge nicht unsere neue Bedrohung und unsere neuen Aggressoren sind. Es geht nicht um Bedrohung und Aggression, Frau Innes. Es geht darum, dass wir einen permanenten Rechtsbruch erleben, der von Verfassungsrechtlern hinreichend beschrieben wurde. Die Eingangsfrage war zu rassistischer Gewalt, Frau Petrie. Und dass endlich die Regierung und alle im Parlament vertretenen Parteien erkennen müssen. Können Sie einen Satz zur rassistischen Gewalt, Frau Petrie? Können Sie einmal zuhören, Frau Kipping? Genau. Sie sehen, das wäre schon mal nicht schlecht, wenn Sie auch etwas zur Frage sagen würden. Ja, Herr Strubel. Das habe ich hinreichend und oft geantwortet. Sie haben jetzt gerade irgendwas von Verfassungswidrig geredet. Ja, das ist das Hauptproblem bei der ganzen Diskussion. Wenn Sie mal nur eine Frage beantworten würden. Herr Strubel, wissen Sie, wollen Sie jetzt den zweiten Moderator spielen? Dann herzlich gern. Dann antworten Sie doch einfach die Frage. Nein, ich habe gesagt, dass Gewalt kein Mittel, der auseinandersetzt so ist. Sagen Sie was zu rassistischer Gewalt. Sagen Sie mal, sind Sie Oberlehrer oder was? Also, wir brauchen eine Trennung zwischen Asyl und Einwanderung, damit das Problem klargestellt wird. Und dann sind Sie jetzt auch nicht böse, wenn wir sagen, wir machen hier einen sportlichen Punkt. Ich darf mich bei diesem Dreier ganz herzlich bedanken. Frau Kipping, Frau Petri und Thomas Strubel ist so lieb und kommt mit mir. Sagen Sie mal, sind Sie Oberlehrer oder was? Also, wir brauchen eine Trennung zwischen Asyl und Einwanderung, damit das Problem klargestellt wird. Und dann sind Sie jetzt auch nicht böse, wenn wir sagen, wir machen hier einen sportlichen Punkt. Ich darf mich bei diesem Dreier ganz herzlich bedanken. Frau Kipping, Frau Petri und Thomas Strubel ist so lieb und kommt mit mir.